Hallihallo, hallöche meine Freunde und herzlich willkommen wieder bei unserem Let's Play Together Minecraft! Mit Luke und Mathe, natürlich. Also ich bin Mathe, da ist Luke, seht ihr am Namen da oben. Hallo, hallo, hallo. Und bei dir steht ja oben First Lieutenant Ford. Richtig, ich bin der Lieutenant von Minecraft, also ihr müsst alle auf mich hören. Wenn ich irgendwas sage, ihr habt zu folgen. Ähm, wir haben, also ich hab, äh, mir sind heute wieder einmal die Augen ausgefallen, wo ich auf unserem Kanal war. Ähm, insgesamt, wie viel Aufrufe war? Über 3000 Aufrufe insgesamt. Ich glaub, das sind jetzt sogar schon 3100 geworden, bin mir nicht sicher. Und unser Video, was wir heute rausgehauen haben, das war das 27., ne? Ja, das stimmt. Das hatte nach 4 oder 5 Minuten auch schon 100 Aufrufe. 4. Ja, nach 4 Minuten. Das müsst ihr mal vorstellen, was wir hier gestaunt haben. Das war unglaublich und heute haben wir auch ein 8. Ja, ich rede und du bist ja erstmal am Manfen natürlich. Ja, klar. Wie in der Schule. Ja, das ist doch normal. Schön unter der Tischkante das Brot verstecken und dann so ein bisschen klabbern oder im Ärmel so ein Twix oder sowas. Genau, das machst du aber auch. Ja. Ähm, wo war ich jetzt grad dran? Am besten müssen wir noch so schön vor der Englischstunde nochmal schön in die Cafeteria davor. Mhm. Sagen, man geht auf Toilette, ganz normal. Machen wir beide immer. Yep. Ähm, achso, unser, wir haben auch ein 820, wir haben ja heute zwei Videos rausgehauen und das hat jetzt glaub ich auch schon 60 oder 70, bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Ja. Ich weiß, es kann auch sein, dass es jetzt mehr geworden ist. Ja, dann fangen wir mal an. Wir haben jetzt ein bisschen vorbereitet, was wir jetzt hier machen in der Aufnahmesession und ja. Ich mach an dem Bauernhaus weiter. Und ich werde ein bisschen farm gehen. Und ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt den ganzen Kram hab, den ich brauch und nein hab ich nicht. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Einfach mal so hier hingegangen, wieder zurück. Ja. Ja. Kennt ihr ja schon. Über die schöne Brücke. Über die wunderschön spannende Brücke hier. Die wir übrigens jetzt erweitert haben in der letzten Aufnahme. Bis dahinten hin wird auch noch was anderes kommen. Das wird, glaub ich, noch ganz lustig. Ja. Hier wird alles lustig. Das wird ganz toll. Alles. Ja. Das hab ich in einer Selbsthilfegruppe gelernt. Das wird alles ganz toll. Ja, es wird alles ganz toll. Alles wird super. Es wird nichts passieren. Der geschieht nichts. Ne? Ja, ist doch so. Hallo, ich heiße Lukas und bin schon seit 13 Jahren alkoholsüchtig. Wie alt bist du denn? 15. Hallo Lukas. Ne, man muss noch bedenken. Es gibt wirklich sowas. Das muss man sich ja erstmal vorstellen. Es gibt wirklich solche Sachen. Also... Ja. Leute, die einfach nichts zu tun haben oder einfach Schwierigkeiten haben. im Leben, die wir ja zum Glück nicht haben. Ja. Glaub ich mal. Also wir nehmen Let's Plays auf. Deswegen denke ich mal, wir haben schon ganz schön große Probleme. Ja. Wir stinken. Ja. Das... Hallo, 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 hallo. Das hat nichts mit Let's Play machen. Das haben insgesamt alle Gamer. Ja. Laut RTL. Das hat RTL gesagt. Wenn RTL was sagt, dann ist das so. Wir werden alle in die gleiche Schublade gesteckt. Immer in diese dreckige Schublade. Wir werden alle gleich. Ja, was meinst du, warum wir dreckig sind? Ja, ja. Wegen dieser dreckigen Schublade. Das war grad so unnötig, aber es ist... Es ist... Ja. Gegen RTL. Oh, gegen Explosiv. Oh. Ja, genau. Für Let's Play. Ich hab ehrlich gesagt, seitdem hab ich das nie wieder gesehen. Hä, was? Wie bitte? Seitdem hab ich nie wieder Explosiv gesehen. Ohne Scheiß jetzt. Das ist wirklich so. Okay, RTL ab und zu. Mal gucken, was da... Ja, Mario Formel 1 zum Beispiel. Was hab ich eigentlich mit dem Mist wieder gemacht gerade? Wenn Formel 1 kommt oder Boxen oder... Was? Europa League. Ich weiß. Europa League auf RTL. Bestimmt jetzt auf Sat.1, hast recht. Ran.TV. Richtig. Oder... Nee, Skispringen kommt da ja auch nicht mehr. Äh... Biathlon kam da, glaub ich, das letzte Mal. Dann sowas halt noch. Aber sonst guck ich da nichts mehr. Nur noch Formel 1 und Boxen. Und... Vielleicht manchmal die Nachrichten. Aber die sind ja auch okay. Ja, also ist jetzt nicht so... Kommt ja jetzt nichts mehr mit Gamern vor mir, aber... Die haben sich auch entschuldigt, aber trotzdem nehm ich die Entschuldigung nicht an. Ich find die trotzdem scheiße. Ne, man kann's ja auch annehmen und trotzdem noch scheiße finden. Ich hab's ja nicht angenommen, aber trotzdem. Ich find's immer noch scheiße. Und das wird auch so bleiben. Und ich hasse RTL und das wird immer so sein und... Ja... Ja... Genau. RTL, ganz tolle Wurst. So, jetzt bin ich hier grad mal die ganzen Dinger am abblöppen, was total spannend ist. Weil ich bin hier grad... Du kennst ja diese eine Felsmine da, ne? Ja... Mal gucken, vielleicht baue ich hier auch so ein Haus rein oder so. Mal gucken. Und ich fail hier wieder durch die Gegend. Ist ja normal. Kennt ihr ja alles schon. Ist doch... Völlig... Standard. So... Da... 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 Jetzt gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist jetzt eigentlich hier alles stinkend langweilig, grad was wir machen. Also was ich jedenfalls mache. Es ist halt Minecraft. Was machst du denn grad? Es ist nicht langweilig. Ich bin am bauen. Minecraft ist nicht langweilig. Minecraft macht Spaß. Ihr schaut unser Let's Play. Das wiederholt sich jetzt 50 Mal und dann habt ihr das im Kopf und dann macht ihr es wirklich die ganze Zeit mohahaha. Das glaub ich nicht. Naja, egal. Werden wir ja noch sehen. Ich bin noch reingefallen. Ey, wir haben jetzt ja schon über 1000 Kanalaufrufe, ne? Ja. Ist ja auch eigentlich schon supidupi, supidupi. Ja, ich hab ja noch Holz mit. Fällt mir grad so auf. Und ich glaub wir haben hier oben auch noch was Holz. Ich bin mir aber nicht sicher. Muss mal kurz gucken. Da nicht. Und da auch nicht. Und... Da auch nicht. Da hast du die super von mir gemachten Pissens einfach mal reingelegt. Weil du mal doch nicht bloßt. Finde ich ganz klasse von dir. Ja. Hab ich so mühselig gesucht aus dem Internet. Die Zuschauer haben Minuten, Stunden, Tage lang da vor dem Pausebildschirm gesessen. Ja, damit du da mal was suchst, kannst du nicht glaub. Ich bin mir sicher, ob das Feld fertig ist, weil dann fütte ich nämlich nochmal die Schafe. Und es wird schon wieder nachts. Das kann doch nicht sein. Das geht ja echt in Sekundentakt. Tag nach, Tag nach, Tag nach, Tag nach. Kann man so machen. Warte. Äh, Timeset... Nein, das machen wir nicht. Oh, 2000 war falsch. Äh, 20.000. Boah, Nacht. So, und jetzt setz ich wieder auf. Timeset, was weiß ich, was war das, 16.000, glaub ich. Ne, das war zu wenig. Hey, wir wollen nicht cheaten. Deswegen mach ich's ja wieder richtig. Ach so. 12.000 vielleicht. Ja, so ungefähr 12.000, dann geht's ja. Gut, muss ich bemerken, 12.000 ist abends. Dämmerung. Juhu. Weshalb wir jetzt wieder zurückgehen sollten. Ja. Was grad total sinnlos gewesen war, weil ich einfach zur Brücke gegangen bin und, ähm, wieder zurückgehe. Ah, interessant. Das freut die Zuschauer bestimmt, ne? Ihr da draußen, ne? Viel Spannung hier. Ja, vor allem auch wie die 27. Folge. Langweilig. Ich bin schon da, im Bett. Wie heißt die Folge? Mach mal. Nee, nicht im Bett. Lang. Was war das hier? Nee. Nichts. Echt nix spannendes, genau. Genau. Und das eine heißt Pokéball. Nee, los Pokéball. Mit Ausrufezeichen. Was war das grad für ein Geräusch? Das war halt eben die Tür. Ach so. Und ich geh jetzt mal kurz hoch, weil da hat mich nämlich schon immer was gestört, weil hier ist etwas unsymmetrisch. Wo denn? Ja, hier oben. Ach, ganz oben? Ja. Hier waren nämlich nur ein Tische, deshalb hab ich mal hier zwei Tische gemacht. Einfach mal so. Ja. Ist doch gut. Komm. Pennen. Jetzt. Pennen. Knacken. Schlafen. Was kann man noch dazu sagen? Pufen. Schnarchen? Nee. Nee. Nö, sonst kenn ich jetzt nichts. Huiول��게요. Nein Capt. Nööööööööö. Das hab ich mal gesehen. Könnt ihr auch mal bei YouTube gucken. Da hat das auch jemand auf E-Gitarre gespielt. Das fand ich echt super. Ich spiel ja auch selber Gitarre. Und das hat mich nicht beeindruckt. Also, der ist gar nicht mal so schlecht, der Typ. Also, davon gibt's ja schon sehr viele Cover. Von was mach ich jetzt hier eigentlich? Ich mach hier wieder nur Müll. Wie immer. Fällt mir gerade auf. Und ich spiele hier ein Rundes Sniper. Und hab dem Bogenschütz in so einen Headshot verpasst hier. Ach stimmt, du hast ja jetzt einen Bogen. Genau. So ist es. Hätte ich eigentlich auch benutzen können, als wir die Nacht draußen gewesen waren. Oder hatte ich denn den Bogen überhaupt schon gehabt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Keine Ahnung. Doch, du wolltest ja so einen Fight machen mit dem hier. Mit so einem Skelett. Habe ich aber nicht gemacht. Hat die Zucker bestimmt enttäuscht. Nein, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen Holzsport. Hier, wie heißt das? Timber Sport, ne? Timber Sport, ja, ich glaube schon. Timber Sport. Ich hätte auch sehr gerne so eine Kettensäge hier in Minecraft. Das war immer ganz lustig. Ja, das wäre cool. Also wenn wir hier so schön durch die Gegend rennen. Und dann so einen Baum. Und dann so einen wieder mähen. Macht bestimmt Spaß. Mal so einfach alles im Sägen. Ja, so echt auch, ne? Das ist übrigens auch immer ganz lustig. Wer hat denn von euch eigentlich schon mit einer Kettensäge so einen Baum gefällt? Ich glaube, einer wird jetzt ganz laut hier schreien. Meinst du, der guckt das? Keine Ahnung. Der hat ja auch unsere Folge gesehen, wo wir über Landwirtschaftssimulator geredet haben. Achso. Der hat ja auch schon geguckt. Achso, ja, dann... Naja, weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall bestimmt cool, so eine Kettensäge. Mein Respekt, wie er schon mal gemacht hat. Würde ich auch gerne mal machen. Ja. Was habe ich denn hier für einen Knöß drin? Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie so ein vergammeltes Brötchen oder so. So vom Vorabend vom letzten Jahr und so oder so. Vom Vorabend vom letzten Jahr. Das sind ja ganz klasse Zeitangaben, die so nah sind, dass man glauben könnte, es sind nur Millisekunden. Ja. Obwohl, wenn man ein Neujahr ist, dann... Naja, aber es ist gerade 4. Februar, glaube ich. Und meine Hacke ist kaputt. Hast du eigentlich auf die Tastatur gehauen? Nein, das mache ich jetzt aber noch schnell. Oh, jetzt habe ich Flying. Wollte ich gar nicht. Da mache ich jetzt mal schnell hier... Achso, du meinst das, ja. Das habe ich noch nicht gemacht, aber irgendwie geht es gerade so gar nicht, wie ich machen wollte, aber irgendwie ist auch egal. Gut. Die Zeit läuft auf jeden Fall. Gut. Also, falls ihr jetzt nicht wisst, was auf die Tastatur hauen ist, ähm... Ja, Marc hat da so eine ganz tolle Tastatur von... Jetzt kommt gleich die Super Logitech! Ähm, und... Wieso eigentlich Marc, Marcel? Ach, warum habe ich... Warum habe ich dich denn Marc gehauen? Ja, weil ich sonst immer überall Marc 2009 heiße, deshalb. Stimmt. Ah, ich sehe dich über die Brücke. Guck mal hier oben. Hier, hallo! Ich bin im Fernsehen, ja! Wo? Ja, geh doch auf die Brücke. Hallo, hallo, hallo! Hier oben! Hier oben! Bauernhütte! Da! Hier! Hui! Da! Oh, ich bin im Fernsehen! Äh... Ich geh' weiter. Uah! Hehehehe! Au! Oh, wieder voll auf Steißbein! Ja, das kommt davon! Bist selbst schuld! Ähm, was wollte ich jetzt? Ah, hier genau. Neue, neue Axt. Ähm, was wollte ich jetzt nochmal hier? Ach, so, meine ganzen Krempel mal ausleeren wieder. Weil ich hab hier wieder... Ich bin ja wieder Messi und hab hier den ganzen... ...Quatsch... ...wieder hier am Start. 52 Kürbissamen. Ja, die sind sehr nützlich. Weiß ich nicht, was du da wieder für einen Quatsch angestellt hast. Ach, jetzt war ich wieder alles. Was denn? Warum stack ich hier denn alles? Äh, warum stack ich hier nicht alles? So! Ja, also, andersrum... ...wär... ...ist egal. Ich... ...halte einfach die Fresse jetzt. Obwohl das ein Display ist, also ich hab einfach den Mund. Ist egal, komm. Ich laber nicht mal weiter. Ich halte einfach den Mund jetzt. Ist vorbei. Ich halte jetzt einfach die Fresse. Ihr könnt mich doch alle mal jetzt... Ich hab keine Lust mehr. Ich geh einfach weiter und halte den Mund. Ihr seht das ja gerade. Ich rede kein Wort mehr. Das ist ganz normal, wenn man den Mund hält. Ich mach jetzt einfach mal... Das ist jetzt... Ist wirklich jetzt... Ist gut, ne? Also, ich hab... Das ist... Ich hab genug geredet für heute. Also... Danke, dass du mich unterbrichst. Beim Nichtreden. Äh... Selbst beim Nichtreden werde ich unterbrochen. Wow. Und ich glaub, ich geh jetzt gleich nochmal auf so eine kleine Höhlen-Tour, aber ich versuche nicht zu sterben. Och, glaubst du wirklich, dass das... ... dich gelingt? Nein, glaub ich nicht. Ich auch nicht. Egal. Du hast ja so ein Talent für... ...zum sterben. Ich hab grad voll die Idee. Nee, ich brauch voll Holz hier. Voll Holz? Boah, ich brauch voll Holz, ey. Ja, ich brauch so voll Holz so, ne? So richtig so. So richtig krass voll Holz? Ja, so richtig so Holz so, halt, ne? Boah, krass. Voll Holz und so. Ah, voll Holz. Voll Holz und... Es gibt ja voll Milch und Mager-Milch. Boah, der war schlecht. Es gibt voll Holz und es gibt Mager-Holz. Es gibt voll Kornbrot und... Boah, der war jetzt aber echt schlecht. Ja, und? Ja, keine Ahnung. Und... ...voll Milchkäse. Und es gibt Halb-Milchkäse. Haha. Nee, Mager-Milchkäse... Nee, Mager-Milchkäse gibt's bestimmt auch. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich muss nicht... Ich muss nicht auf meine Figur achten. Ich bin ein Zocker. 2000 Kilo. Also ist das eh Wurst. Ich mag Wurst. Ey, Wurst. Mh, 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 Mh. Ich hab da so eine halbe Käse-Palette grad neben mir stehen, ne? Die bin ich so nebenbei am Essen. Das sind so bestimmt so zwei Kilo, die ich eh grad schon nämlich reingestopft hab. Auf der Palette sind noch weitere fünf. Und dann werd ich gleich wahrscheinlich noch so einen Schokoladenbrunnen komplett alleine austrinken mit 20 Liter Schokolade. Und dann hab ich meine Vorspeise zum Abendbrot gehabt. Und, äh, hier, du hast doch bestimmt irgendwie sechs... Äh, Mahlzeiten am Tag oder so, ne? Oder 20 oder so. Wie, nur 20? Jede halbe Stunde? Halbe Stunde? Auch nachts? Stellt sie dir einen Wecker? Ja! Und dann esse ich für 20 Minuten Wasser im Penny wieder 10 Minuten und dann esse ich das Nächste.